Ich hab genug von dem Scheiß. Gut. Wer hat alles noch Punkte? Und hat noch nichts getan? Grunty hat noch nichts getan, aber Grunty kann auch nicht so viel tun. Leider. Huber? Auch nix. Warum nicht? Und die darf auch noch mal werfen. Ich hab echt Schiss, dass die Jungs da aufstehen und jetzt irgendeinen Unsinn machen. Kann ich irgendwas sehen oder irgendwas angreifen? Nee, gar nicht. Ist natürlich eher doof. Okay. Mal gucken, was passiert. Okay, die Jungs stehen langsam wieder auf. Das war zu erwarten. Vielleicht da gleich noch mal reinschießen. Mann, was ist das für eine Sauerei hier? Das ist okay. Das ist nicht okay. Okay, wer ist da umgefallen? Hier einer von denen, hoffe ich mal. Komm schon. Das muss doch mal klappen. Ja! Das macht so Spaß. Ja. Hier, komm schon. Hier irgendwo noch einen hin. Ja, sehr gut, Leute. Sehr gut. Okay, wer kann die denn alle sehen? Er kann eine sehen und zwar... Okay. Wollen wir Granate werfen? Zwar falsch, aber es ist mir recht. Meine Güte. Wie viel ist denn noch übrig? Oh, das sollten dann schon alle gewesen sein. War ja kaum Material-Einsatz. Ich muss sagen, ich muss sagen, das geht glaube ich eigentlich von den Verletzungen, die hier davon getragen haben. Oh. Das wäre natürlich zu schön gewesen. Das wäre natürlich zu schön gewesen. Ich muss sagen, dass ich hierhin gehe, damit ich gleich mal Carlos zusammenpflegt, bevor er ganz tot ist. Okay. Gaskett hat noch nichts gemacht. Kann man auch hierhin holen. Vielleicht noch für einen billigen Treffer? Nee. Was willst du? Okay. Keine Ahnung, was du willst. Das ist hier schon natürlich eher gefährlich. Sehr gut. Puh. Mann, 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 Mann. Okay, keine Angst. Die wird ja... Die wird ja jetzt geholfen. Das war schon fast tot, aber egal. Ach. Hier so einer noch. Pisser. Und noch einer. Ja. Das kommt schon. Der eine Typ noch. Ach, nein. Ja. Nein. Irgendwas, irgendwas, irgendwas zum... Aha. Gar nichts haben wir mehr. Bevor sie wieder aufsteht. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Ganz falsch, ganz falsch. Ich bin kein Experte. Aber kann ich wirklich erwartet, diesen Schuss zu machen? Ach, komm. Sehr gut. Das ist das, was ich gebraucht habe. Naja. Fast. Nur fast. Ja. Okay. Und... Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein. 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 Ah. Ah. Sir. Hm. Top Drawer. Ich habe hier eine weirde Ruhe, ja. Oh, so einer hier noch. Okay, für Links und Gäste. Das ist kein schlechtes Kombo. Außer, was passiert. Was ist das? Sanfgas? Drenngas? Normals Gas. Okay. Mit normalem Gas kann ich leben. Ja. Das war ziemlich gut. Okay. Wer braucht... ...medizinische Versorgung? Yo. Eis für sich selber. Ja, haben wir es gleich. Äh. Moment. Er hat sich selber am... ...am... ...Fußknöchel. Ready. Man sollte ihn vielleicht später mal fragen. Nein. Und ja, es reicht, wenn man ein einziges Feld da drin ist. Aber anscheinend gilt das nur für meine Soldaten, nicht für die Gegner. Scheiße. Ah, komm schon. Nee, es ist etwas. Oh, der ist am sterben. Wie gut. Ah, ha, ha. So eine Elite-Schlampe. Mit einem Raketengewehr. Ja, den... ...sonst kümmere ich mich immer gerne um solche Typen. Aber gerade ist schlecht. Uh. Sehr gut. Und jetzt nur noch die Raketengewehrschlampe. Ah. Außer Gefecht. Magic. Lege den Rest. Ja. Oh. Das war, glaube ich, der beschissenste Kampf des Jahrtausends. Okay, wer muss da alles noch zusammengeflickt werden? No one needs first aid. Ja, gut. Puh. Das war mal so richtig scheiße. Das war mal so richtig scheiße. Ach, das waren die von rechts. Sie sind nachgekommen. Oh. Oh. Oder? Nein. Unterwegs? Keine Ahnung. Schweinerei. Wo kommt denn her? Ist aber irgendjemand abgefallen? Ja, hier ist er abgefallen. Ah. Das hätte jetzt natürlich echt viel besser laufen können. Na gut. Machen wir das noch einmal hier. Aber man hat hier gesehen, wie wichtig es dann doch ist, dass man sein Zeug gut in Schuss hält. Und wer braucht alles medizinische Hilfe? Gumpy. Okay, weil er verdient es eigentlich fast gar nicht. Carlos. Dringend. Aber ich mache das glaube ich immer noch nicht. Deine Entscheidung. Kuwait. Vielen Dank.